...aus Kanada, der im Backstage-Bereich schon die ganze Zeit rumläuft. Ich denke immer, das muss doch unbequem sein für den armen Kerl. Er ist von Beruf Clown. Und zwar ist er Artist, und zwar so ein Gesichts-Artist, würde ich sagen. Er hat ein Talent, das haben die meisten hier heute Abend nicht. Er kann nämlich, ohne was zu sagen, die Leute zum Lachen bringen. Das musst du erst mal können, so wie er aussieht. Ich habe Videos von ihm gesehen und dachte, ach du liebes Lottchen. Aber er ist sehr, sehr lustig. Freuen Sie sich mit uns. Auf Dado! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.